Yo Leute, herzlich willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Heute mit dabei der Maxi. Hallo. Tau, Tau. Hier sei ich. Der Fisk. Glööse dich. Und natürlich der Alucard. Hallo. Ich hoffe es ist okay, dass sie Pack nehmen. Hallo. Wer ist denn du? Welche Map? Wieder die gleiche? Nee, Konsulat. Ah, die Ransacken. Ich glaube ich bisher am häufigsten. Welche Nation hat eigentlich die neun? Kanada. Kanada. Und die Nächsten sind die, was sind die Nächsten nochmal? Japaner, also Asiaten. Ja, Asiaten. Sind die Japaner nicht die Letzten? Es sind einfach Asiaten. Woher die kommen? Asiaten, Europäer und Amis. Mehr hier zu nehmen. Die Ninjas und die Samurai kommen als nächstes. Die Brasilianer haben noch bestimmt auch eine krasse Eliteeinheit. Hier sind sie da. Hallo bei uns. Wo sind denn die Amerikaner? Was sagst du? Die Brasilianer, ich wollte gerade sagen, die kommen mit Samba-Tänzern. Und ich bin enttäuscht von Ushoff, dass die Krober immer noch nicht vorhin implementiert ist. Maraca-Granaten. Maraca-Maraca. So ne Stielhandgranate als Maraca. Hörst du doch? Ja genau, wenn die dann so angeflogen kommen. Samba! Na, Capoeira. Capoeira als Nahkampf. Lauft, Leute. Go, go, go. Hold your hostage. Arteure. Boah. Willst du da oben rein? Gängse, oder? Oh, der Fisk klettert aufs Dach. Jo. Geht ab. Er hebt ab. Wo war denn hier die scheiß Kamera? Da. Na komm, das geht doch. Ich hab keinen Draht. I have deployed a breaching charge. Renz. Ach, du kennst das nicht. Was heißt das? Ähm, da hinten ging es an der Laserfalle. Ja, genau. Vielleicht das kaputt schießt. Da musst du durch. Du musst durch die Tür. Das ist auf der anderen Seite dann. Hallo Fisk. Hallo. Wird der Marble was aufmachen? Ne, ne, ist schon auf. Die eine Seite. Okay. Nicht, nicht, nicht. Der ist auf der linken Seite. Vom linken Fenster. Also von oben gesehen. Okay. Irgendwo von da hat er geschossen. Ich sehe noch nicht. Ich muss auf jeden Fall sein, ey. 2 auf jeden Fall. Pass auf. Hab ich ihn angeschossen? Shit. Doch. Ja, hast du ihn? Nein. Hab ich ihn? War das der? Nein, 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 nein. Ah, es war was anderes. Okay. Immer noch links. Irgendwo ist er aber angeschossen. Musst du down sein. Ganz in weiß. Renz, ich brauch dich hier. Hier hinter dieser Tür. Geradeaus durch. Ich will einer sein. Ich mach das mit dem Hammer weg und jetzt zu fahren. Achso. Und Action. Ne, da ist aber keiner. Doch, da Tautau. Oh, hab ihn. Ich geh rein. Boah, das ist ja ätzend, ey. Da Tautau war der Hichter. Oh, da muss ich das nicht richtig sehen. Da kommt noch einer, Dalle. Pass auf, Fisk. Der ist... Ah, okay. Geradeaus... Geradeaus... Geradeaus hinter der Einkommsschiebe. Aber geradeaus... Nein, das war... Ja. Da rechts, genau da. Da müsste es sein. Wo kam der her? Hier. Pass auf, da ist die Geisel. Ach, von hinten kam der. Scheiße. Ah, das wird schwierig. Wenn ich das so sehe, stimme ich dir zu. Da, die Falle. Nord. What the fuck? Er lebt noch. Er lebt noch. Und er lässt ihn leben. Er lebt noch? Ja. Ja, natürlich. Ach, shit. Okay, rotzfuck. Hinter wird aufgehoben. Ich dachte, ich hab ihn erwischt. Okay. Ja, sie auch. Er lebt noch. Hey, hab ich nicht gesehen. Ah, da unten. Hä? Okay. Ich dachte, er war tot. Wenn du keine Kiel-Meldung bekommst, hast du auch keinen getötet. Ach, shit. Ich hab die auch nur runtergeschossen, ne? Na, genau. Schade. MacFly? Warte. Das sind doch noch 15 Sekunden. Medic ist er. Na, ich wollte nur fragen, warte. Den hab ich noch nie gesehen. Doch. Der ist auch nicht unbedingt beliebt, weil seine Spezialfähigkeit ja eigentlich ganz gut ist, aber du kommst halt nie in die Situation, wo jemand am Boden liegt. Was macht er denn dann? Der kann dich mit einer Entfernung aufsammeln. Ja, ja. Mit so einem Spritzen-Gun. Ach, okay. Mach dich zum Junkie. Ich mach jetzt zu, Grants. Ja. Das ist ne. Ohne draußen. Ah, ich hätte nicht oben... Ah, eigentlich hätten wir oben zumachen müssen, irgendwie. Ach, okay. Was ist das hier? Was ist das denn? Ach, okay. Wie kommt die denn? Haut was diese über dir ist eigentlich quasi. Irgendwo über dir, ich hab den nur auf der Kamera kurz gesehen, konnte ihn leider nicht markieren. Wollte gespottet? Hier ist irgendwo eine Drohne? In der Einkamera sieht man ihn, geh mal in der Visa Office Kamera, da rechts liegt eine Bärenfalle, die kleine, die Bubbele, die Falle noch am Bein. Ey komm, da ist doch ein Feind, Fisk, über dir ist quasi einer, genau. Ich markier'n dir jetzt. Ja. Nächste Bärenfalle. Was ist das? Nee. Kommen sie. Hab ich jetzt. Ohne. Das waren doch nur gesprungen, in den Baum, in den kleinen Raum, okay ist nice, super, tot. Oh Jesus. Ohohohoho. Zwei Leute sind in meinen Bärenfallen geraten. Das war jetzt irgendwie nicht so die spannende Runde. Die war richtig geil. Jaja. Für dich. Für den Roma war es vielleicht geil. Hallo, die Bärenfallen sind ja wohl super wichtig. Die ist aber auch krass. Die ist so nervig, weil das ist halt ein neues Element. Du musstest noch nie immer auf den Boden gucken. Das geht einem halt übelst auf den Sack. Hm. Vor allem hinterfenstern. Ja ich hab zwei von den Fallen, die lagen ja einfach im Gang. Unten ist zum Beispiel einfach einer reingeraten. Die lagen mitten in nem Gang, in nem Flur. Lol. Du denkst nix böses, du läufst durch den Lungen im Gang und plötzlich hast du so ne Bärenfalle am Bein klemmt. Aber den größten Fehler hat der Typ mit dem Schild gemacht aus dem Gegner-Team. Der, ich war in der Kamera drin. Und der Typ stand vor mir und hat sein ganzes Magazin auf mich geschossen. Obwohl ich in der Kamera war. Und dann hat er mich aus der Kamera rausgegangen und sehen wie er vor ihm steht und nachlehnt. Hallo! Hey! Oh Gott. Das will ich gerne in den Augen haben wir sehen. Die sind unten. Er hat mich nicht abgeschossen. Oh, die sind da auf den Aufwand. Die haben ein Castle. Ding of my Castle. Nutzen die Kapkarnbark. Wie, wie produziert man denn eigentlich? Du musst die Kapkarnbark anbringen, sie wieder abnehmen und während des Abnehmens wieder dran machen. Okay. Und dann? Da ist der Draht nicht sichtbar. Kein Laser da. Das gilt für die Erste. Die Anderen, jetzt sieht man zum Beispiel bei der, hast du grad gesehen, wo der Laser hinseit. Das Problem ist, du kannst die nämlich richtig krass verbacken, sodass die auch teilweise nicht funktionieren leider. Oder du kannst dich rausbacken und in Instanz sterben. Oder du kannst dich in Wände backen und nichts mal machen die Runde. Es gibt viele Möglichkeiten, die da backen auf dein Spiel auswirken. Deswegen sollte man es eigentlich eher sein lassen. Vor allem, weil man ja trotzdem immer noch die Bolzen hat. Ja, trotzdem passiert öfter, dass man da getroffen wird. Ist halt Fakt. Wir hätten die doch verstärkt. Wir können die im Vorraum nehmen und die sind auch verstärkt. Warte, die machen wir auf. Vorsicht. Geh, aus dem nicht mit dem. Was soll ich damit? Ich bin bei der Drohne unten. In dem kleinen Flur ist keiner. Ja. Aber der verbackte Capcanner ist da. Ja, der verbackte Capcanner ist da. Eins, zwei im Raum. Auf jeden Fall die beiden im Raum. Eins bist du abgeschossen? Ne, ich hab auf den geschossen. Also es könnte jemand oben sein oder er ist runter gerannt, weil alle Türen hier im mittleren Raum sind von, von unserer Seite hier vom innen versiegelt. Ja, aber guck mal. Pass auf Tautor, wenn du in den Raum gehst, links. Die von innen. Ja, die ist von innen. Das ist aber verstärkt. Gut, dann ist auf jeden Fall. Siehst du den Tautor? Ne. Der war hier. Ich hab ihn eben aufgeschossen. Er ist hier. Einer ist direkt an dem Fenster sozusagen, Tautor. Bei den, bei den, äh, Surfer-Schrank-Ding. Äh. In dem Raum ist einer drin. In dem Raum da? Ja. Ich versuch gerade, habe einen erwischt. Nice. Das war er wahrscheinlich. Ich hab ihn getroffen, er ist hinten links irgendwo. Bist. Oh, Ragequid. Habe einen, Zweifel. Nice. Nice. Läuft bei uns, ey. Aber auf jeden Fall. Hey, einer ist ja wirklich gelieft. Mhm. Ja, ja. Warum? Das sind ja nur Casuals, weil das kann. Aber man muss sagen, es hat sich zumindest eingependelt, dass die Leute Rage quitten, wenn sie die neuen Charaktere nicht kriegen. Das war ja am Anfang so schlimm. Ja, was heißt denn Rage quitten? Die wollten die halt testen und dann, ne? Am ersten Tag hat die ja jeder direkt. Wollen sich halt Freunde suchen. Oh nein. Was denn? Lädt schon wieder so lang. Ja, weil der letzte gerade erst gejoined ist. Ach, okay. Jetzt kommen doch neue Leute nach. Das war das. Ja, das war das. Das war das. Das war das. Ah. The Casual Matches. Komm, jetzt leg das. Alright, Junge. Eins. Zwei. Drones. Drones. Drones, Drones, Drones. Hier muss irgendwo noch vorne sein. Zwei Stunden in Kalle. Op 4 hat auch die Augen zu der Hüfte. Zwei. Wir können jetzt über die Grenade blödsinn prüfen. Achtung! Tür, Stabolik! Ich kann auch der Spruch, laying down the wellcome mess. Mh mm. für diese scheiß graden dinger hier an den wänden hätte nicht nur strom setzen fensters auf danke die kann von der drohne rum hier drohne ist hier kommen durchs fenster die drohne weg keine ahnung flashbang glaube ich oder ich habe anti ding system drin ja aber zwei sind schon aktiviert worden am fernster da unten oder oben von oben von oben du erkennst wie du einfach nichts erkennst wenn auch eine drohne rum das hat sich so extrem am tag ist da raus schaust du hast einfach keine meter von oben schießt die rein du erkennst aber nichts oder fisk geht doch ja eigentlich unten beim fenster grans warte warte los und warte bis die reinkommen ich bin eh tot aber mit fleiß das soll er weiß dass ich hier bin meinst ich glaube nicht dass er weiß dass du in ecke wirst warte einfach ab zeit ist unser freund aber sonst schießt nicht sofort auf ihn sondern warte bis er zur geißel geht oder jetzt kommt rein der ist auf jeden fall gesprungen treppenhaus hinter dir mcfly oder nicht ne das ist dalu ach dalu ist das sobald er an die tür klopft habe ich ihm C4 den rücken ja der ist bei der großen treppe ist er gerade meine falle nice wollte ich gerade sagen wenn er die tür aufmacht pfuh ja du Christ motherfucker ey was ist das nicht ey er hat nicht drauf geguckt was ist denn mit den leuten los er hat nicht nach unten geguckt oh man naja das war aber wieder eine lockere runde wie es da steht ne schaut bei den anderen vorbei vielen dank fürs zuschauen haut rein tschüss 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 Vielen Dank.